halli hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem kanal pc check zu einem neuen video heute wieder dubaro mit dem gamer pc i5 11600 kf mit rtx 30 70 für 1799 euro jetzt werdet ihr sicher sagen ja warum nicht schon wieder dubaro letztes mal hatten wir ein reines amd system hier haben wir jetzt ein intel und ein nvidia system hier haben wir auch kurz die technischen daten intel i5 11600 kf eine 8 gb rtx 30 70 16 gb ram ddr4 3600 1000 gb nvm e ssd und das asrock b560 steel legend kurz zu dem bild der ram der stimmt sowieso nicht hier gskill aegis drauf wir kriegen viel bessere mit dem corsa vengeance rgb dazu noch der lüfter hier ist der standard lüfter wir bekommen den darkrock die grafikkarte kann ich nicht beurteilen also es einfach nur ein beispiel bild kann man nicht viel zu sagen ist auf jeden fall nicht fake wird nicht zu viel versprochen und wir gehen es einfach mal durch als prozessor der intel i5 11600 kf mit 6 x 3,90 gigahertz 4,90 gigahertz turbo takt 12 mb cache hier haben wir ihn auch schon ist ein 6 kerner wie der name ja auch schon gesagt hat ist ohne grafikeinheit aber übertaktbar dafür steht das k in dieser kürzel beschreibung hier unterstützt offiziell 3200 megahertz ram wir kriegen 3600 was schon mal sehr nice das heißt der ram ist leicht übertaktet wenn ihr streamen wollt rate ich immer eher zu einem acht kerner sofern ihr denn über den prozessor dann rendern wollt rendert ihr über die grafikkarte ist das erstmal hinfällig da könnt ihr auch einfach diesen prozessor nehmen überhaupt kein ding hat eine tdp von 125 watt ist schon eine ganze menge was den lüfter dazu angeht kommen wir aber gleich noch zu kostet 238 79 bei 365 tage offen.de als cpu kühler haben wir den biquai darkrock 4 mensch tubaro da habt ihr euch aber was gedacht normalerweise haben sie immer diesen komischen alternativ lüfter da drin der ist aber schon ziemlich gut hat eine tdp von 200 watt das heißt er kriegt diesen prozessor locker gekühlt ich persönlich bin immer der fan von wasserkühlung muss bei diesem prozessor aber nicht sein mir geht es auch meistens noch um die optik aber wirklich top lüfter habe ich auch schon öfter verbaut überhaupt kein thema ist natürlich ein richtig fettes ding im gehäuse das nimmt eine ganze menge platz weg kostet 49 euro 99 bei notebooks billiger das mainboard asrock b560 steel legend naja wer das design mag das ist so ein bisschen in camouflage military optik gehalten ich mag es jetzt nicht so unbedingt aber scheiß der hund drauf hier haben wir kühlte spannungswandler vier ram bänke einen m2 slot für die ssd die darin verbaut wird hier kommt die grafikkarte rein hier habt ihr noch einen weiteren m.2 slot diesen slot könnt ihr eventuell nicht benutzen weil der zu nah an der grafikkarte liegt und eventuell von dem kühlkörper verdeckt wird aber da könnt ihr zum beispiel eine wlan karte erweitern hier eine capture card vielleicht eine usb erweiterungskarte was ihr gerne möchtet hier unten ist noch ein m.2 slot dann bekommen wir als anschluss einmal 7.1 dazu netzwerk viermal usb 3.0 einmal usb c 3.1 displayport hdmi brauchte in dem fall nicht weil der prozessor keine integrierte grafik einheit hat dafür steht das f im prozessor namen und zweimal usb 20 und p schräg schräg zwei werdet ihr wahrscheinlich auch nicht verwenden alles in allem ein grund solides bord kann ich überhaupt nicht meckern hat natürlich auch noch ein bisschen rgb beleuchtung ist auch ganz schick mir persönlich gefällt es jetzt nicht aber das ist jetzt jedem selber überlassen bei mir geht es jetzt nur ums design funktionstechnisch ist das schon ein gutes bord kostet auch stolze 132 euro 86 bei mine factory als grafikkarte haben wir die 8 gigabyte nvidia rtx 30 70 beliebiger hersteller ja es ist jetzt wieder so eine thematik ihr wisst nicht was ihr kriegt das finde ich immer ziemlich schade die verbauen halt nach verfügbarkeit da könnte ein bisschen glück haben eine gute kriegen der triple fan zum beispiel oder pech habt ihr eine dual fan ist jetzt auch nicht schlimm ist halt ein bisschen lauter dann die dual fans sind bekannterweise immer ein bisschen lauter alles in allem aber eine gute grafikkarte hat eine tdp von 220 watt laut nvidia wenn wir jetzt die hier nehmen würden wenn 240 watt laut msi und dem ganzen aber keinen abbruch zu einem fps test kommen wir gleich noch das wird sich ja immer gewünscht dass ich zeige was der prozessor in kombination mit der grafikkarte so kann packen wir für 929 euro über alt in den wahrenkopf arbeitsspeicher 16 gb 2 x 8 gb dual channel ganz wichtig wisst ihr ja ddr4 corsair 3600 megahertz vengeance rgb pro meine güte da haben sie sich wieder was bei gedacht 3600 megahertz finde ich schade dass sie das bei den amd systemen nicht machen verstehe ich nicht weil gerade die amd systeme können das ziemlich gut ab intel natürlich auch klar nur da ist es auch bekannter dass amd eben auch gut mit 3600 oder sogar 4000 rennt 4000 da braucht er gar nicht zu kaufen die sind unbezahlbar die kosten fast das doppelte gegenüber dem 36 oder 32 auf jeden fall guter ram mit rgb beleuchtung haben wir auf dem bild auch nicht gesehen das heißt das bild ist sogar ein bisschen an der statement 16 gb reichen in dieser preisklasse auch erstmal aus 32 wäre natürlich ganz schick gewesen aber man kann nicht alles haben dann wäre es natürlich auch wieder teurer geworden ihr könnt es ja immer noch umrüsten wenn ihr unbedingt 32 gb haben wollt kostet 82 86 bei mine factory als festplatte haben wir die bekannte 1 terabyte kingston nv1 die haben wir schon öfters in den videos gezeigt genauso wie die crucial p1 crucial p2 und wie sie alle heißen tun sich alle nicht viel ist eine gute ssd zum zocken reicht die allemale schiebt jetzt natürlich täglich mehrere gigabytes an daten hin und her zwischen zwei ssds sage ich jetzt mal dann würde eine andere mehr sinn machen aber die reicht wie gesagt völlig aus hat eine lesegeschwindigkeit von 2100 mb die sekunde eine schreibgeschwindigkeit von 1700 mb die sekunde ein terabyte auch völlig angemessen der preisklasse kostet 83 euro 990 über pro shop laufwerk ohne ja das ist klar multimedia 7.1 auch klar haben wir eben schon angesprochen netzteil 700 watt be quiet pure power 11 und auch ein gescheites netzteil ich verbauen die ziemlich gerne ich habe immer straight power und pure power verkauft beziehungsweise verbaut in kunden pcs und das sind gute netzteile ist jetzt natürlich nicht modular interessiert euch aber in erster linie auch nicht weil das system ja sowieso fertig zu euch nach hause kommt hat eine 80 plus gold zertifizierung das heißt auch entsprechend effizient zu der effizienz kommen wir gleich auch noch und kostet 78 euro 14 bei mindfactory zum thema effizienz wie gesagt das netzteil hat 700 watt betreibt die einen netzteil bei 50 prozent auslastung ist es am effizientesten wir bekommen hier wenn wir zum beispiel die grafikkarte und den prozess und das system allgemein mal zusammenrechnen auf 441 watt mit puffer 491 watt das heißt ihr pummel so bei 55 bis 60 prozent rum bricht das netzteil ist auch sehr effizient in diesem pc und wenn ihr hinterher noch upgraden wollt auf einer 3070 ti oder zum beispiel 3080 dann könnt ihr das auch noch ohne probleme machen gehäuse be quiet pure base 500 dx schwarz mit glasfenster ja brauche man nicht viel zu sagen das ding ist hässlich wie die nacht es ist ein extrem gutes gehäuse es hat einen guten air flow es kommen drei lüfter mit dazu es hat rgb beleuchtung in der front ja das ist alles schick das hat auch platz funktionalität ist bei diesen gehäusen immer gegeben von big white aber ist einfach nur potten hässlich man muss so sagen wie es ist ne hört die natürlich tauschen wobei ich bin immer so der typ ich sag eher funktionalität und dann kommt irgendwann das design aber es ist erst mal ein grundsolides gehäuse ich möchte da überhaupt nicht meckern die haben da echt qualität rausgesucht alles in ordnung aber für mich persönlich ich find's potten hässlich muss aber jeder selber wissen wisst ihr ja kostet 82 euro bei mindfactory so betriebssystem wie immer optional erhältlich könnt ihr dann bei dubaro kaufen oder eben bei meinem partner cdk deals für 14 euro service zwei jahre garantie retourenschein im reklamationsfall ja das ist so im rahmen es gibt einige hersteller die sagen halt drei jahre hier sind es leider nur zwei das reicht aber erst mal aus über das mainboard haben wir eben gesprochen über die grafikkarte einmal hdmi und dreimal displayport das gehäuse selbst hat nochmal einmal usb a 3.0 einmal kopfhörer und einmal mikrofon holger hat internet security landet wie immer in der tonne was ihr auch noch mit dazu bekommt bei dubaro ist sozusagen ein key für battlefield 20 42 und vorbestellungs boni bekommt ihr noch early access für die offene beta mr chompit waffen talisman ihr seht es ja hier so ein komisches messer ich habe da keine ahnung von ich spiele dieses spiel nicht oder beziehungsweise als erstes battlefield war 1942 danach habe ich keins mehr gespielt aber das bekommt ihr nun mal kostenfrei mit dabei und deswegen rechnen wir das auch noch in den warenkorb mit dazu kostet derzeit 56 euro 99 bei saturn und dann wären wir auch schon beim endergebnis hier haben wir die ssd den prozessor den rahmen grafikkarte in dem fall die msi es kann natürlich auch jeder andere sein das mainboard der lüfter das gehäuse und das netzteil und das spiel und da kommen auf den gesamtpreis von 1734 62 das system soll kosten 1799 so sprich wenn ihr selbst das spiel jetzt wieder abziehen würde weil ihr denkt das ist quatsch seid ihr bei ungefähr 120 euro 130 euro fürs zusammenbauen was noch völlig im rahmen ist das system ist okay ich habe nichts zu meckern ihr braucht nichts tauschen ist auf das mainboard das finde ich hässlich aber das müsst ihr selber wissen funktional ist es allemal also ich möchte an diesem system irgendwie überhaupt nicht meckern das ist echt selten ich tausche ja mindestens ein zwei komponenten immer aber das ist echt in ordnung es ist auch angemessen dieser prozessor mit dieser grafikkarte völlig in ordnung dass ihr 3600 ram kriegt rgb beleuchtung ist auch nicht selbstverständlich also ich finde das system echt schon gut wenn ihr mehr speicher braucht dann brudelt euch vielleicht noch eine hdd mit rein oder eine 2,5 zoll ssd das müsst ihr aber wie gesagt selber wissen an und für sich stand alone wenn ihr das so bestellt und zocken wollt bitte wir haben auch gute erfahrungen mit dem kundenservice von dubaro gemacht da gab es ja auch mal diese story dass der kundenservice einem user aus meinem discord vorgeworfen hat dass der lüfter dass er sich den selbst ausgesucht hat und so das video gibt es ja noch da hat er sich ja auch entschuldigt und hat so eine mail geschrieben das war alles völlig in ordnung deswegen wenn ihr jetzt gerade ein gutes system haben wollt bitteschön da ist für 1799 euro ist natürlich eine stange geld aber ihr kriegt qualität man muss es so sagen ich will hier nicht die werbetrommel rühren aber ich muss auch mal loben wenn es gut läuft ist völlig okay jetzt kommen wir noch mal zu dem angesprochenen fps test hier haben wir den i5 11600k nicht den kf macht aber was die leistung angeht keinen unterschied und die 3070 test in zehn spielen 1080p 1440p und 4k starten wir mit hitman 3 davon average von 111 fps auf 1080p ultra nehmen wir 1440p ultra haben wir 112 fps im average nehmen wir 2160p auf ultra haben wir immer noch 71 fps alles ab 60 fps ist natürlich spielbar nehmen wir auch mal den microsoft flugsimulator der ist tatsächlich sehr anstrengend für die grafikkarte 1080p da hängt er schon auf 69 fps auf 1440p auch ultra sind wir bei 57 fps und bei 2160p auf ultra sind wir bei 37 fps jetzt muss man bei diesem spiel natürlich sagen es ist ein flugsimulator und kein shooter 37 fps dürften da eigentlich auch noch ausreichen dann kommen wir noch zu cyberpunk 1080p auf ultra dlss auf quality gestellt raytracing aus bei 98 fps auf 1440p sind wir bei 92 fps und nehmen wir 2160p sind wir bei 49 fps fortnight der klassiker 1080p auf episch dlss auf qualität 166 fps bei 1440p sind wir bei 143 fps und bei 2160p auch auf episch und zu guter letzt nehmen wir auch noch gta 5 das interessiert die meisten ja auch noch nehmt ihr 1080p auf ultra seid bei 117 fps auf 1440p seid ihr auf 115 fps auch auf ultra und auf 2160p auf ultra seid ihr immer noch bei 88 fps gut das wärs dann auch schon mit diesem video wie gesagt das system ist völlig in ordnung ich packe euch den link in die beschreibung wenn ihr das kaufen möchte tut das ruhig ich bin auch nicht gepartnert mit dubaro ich sehe keinen cent davon ich verdiene mein geld sozusagen mit youtube was jetzt auch nicht sonderlich viel ist aber ist ja auch egal jedenfalls bin ich nicht gepartnert ich bin völlig unvoreingenommen was dubaro jetzt angeht ich sage aber wirklich das system ist in ordnung kauft euch das so der airflow der ist auch gegeben bei diesem gehäuse ich kenne das gehäuse ich habe schon öfters verbaut von daher klare kaufempfehlung vielen dank fürs zuschauen lassen du mich nach oben da abonniert den kanal wenn das nicht gemacht hat schreibt auch ruhig mal in die kommentare was ihr davon haltet und dann bis zum nächsten mal auf wiedersehen und ciao ja